Willkommen zu einem neuen Permatrade Erklärvideo. Wassertrinken ist gesund und erfreut sich heute immer größerer Beliebtheit. Allerdings schleppen viele begeisterte Wassertrinker dafür regelmäßig schwere Flaschen nach Hause. Dabei ist es doch viel einfacher, nachhaltiger und günstiger, das Wasser direkt am eigenen Wasserhahn zu zapfen. Tatsächlich gehört unser Trinkwasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln, das sich mit entsprechenden Lösungen sogar noch weiter verfeinern und optimieren lässt. Dank Viva verwandeln Sie Ihre Küchenarmatur einfach und schnell in eine Zapfstelle für digitalisiertes und gefiltertes Premium-Trinkwasser in einer Qualität, die sich schmecken lassen kann. Schauen wir uns einmal genauer an, wie Viva das macht. Die besondere Filterkombination wird direkt in der Küchenzeile unter der Spüle installiert und hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Denn in Viva steckt eine Filterkerze aus verdichteter Aktivkohle. Somit kann ein Großteil der eventuell im Trinkwasser enthaltenen Schad, Trüb- und Geschmacksstoffe herausgefiltert beziehungsweise durch Absorption gebunden werden. Beispielsweise werden Medikamentenrückstände zu über 96 Prozent, freies Chlor zu über 98 Prozent, Pflanzenschutzmittel zu über 92 Prozent sowie auch Mikroplastik zu über 99 Prozent, PFAS zu 99 Prozent und Rostpartikel aus der Trinkwasserinstallation zu 99 Prozent entfernt. Doch Viva filtert nicht nur Unerwünschtes aus dem Trinkwasser heraus, sondern kann ihm auch Wertvolles hinzufügen. Viva-Filterkerzen sind optional mit Mineralisierung erhältlich. Dadurch wird das Trinkwasser mit Zink und Magnesium angereichert. Zink gilt als eines der wichtigsten Spurenelemente und unterstützt die Stärkung des Immunsystems. Magnesium ist an vielen Stoffwechselreaktionen beteiligt. Die Anreicherung mit Magnesium liefert zudem basisches Wasser mit einem pH-Wert zwischen 9 und 9,5 und weckt damit einer Übersäuerung des Körpers entgegen. Zusätzlich sorgen die wertvollen Mineralien für eine Geschmacksverfeinerung des Trinkwassers. Und damit nicht genug der besonderen Qualitäten. In Viva wurde zudem eine Vitalisierungseinheit integriert. Durch eine Kombination aus Verwirbelung und Magnetisierung gibt sie dem Trinkwasser seine ursprüngliche natürliche Vitalität zurück. Das kann man nicht nur schmecken, sondern in sogenannten Kristallisatbildern auch sehen lassen. Was die zugehörigen Filterkerzen anbelangt, gibt es für Viva mehrere Varianten. Neben dem Standard-Filter-Einsatz mit 5 Mikrometern oder 0,7 Mikrometern gibt es auch eine Filterkerze mit zusätzlicher Mineralisierung von Zink und Magnesium sowie einen Filtereinsatz mit Sterilfiltrationsmembran, die sogar Bakterien und Keime zurückhält. Für erhöhten Bedienkomfort ist Viva mit einer speziellen Verbindungstechnik ausgestattet, die den Tausch der Filterkartusche denkbar einfach macht. Dazu wird einfach das Kaltwassereckventil geschlossen, die Kaltwasserarmatur geöffnet und somit das System drucklos gemacht. Dann einfach an der Lasche im Filterkopf ziehen, den Filter vom Anschlussteil trennen und aus der Wandhalterung nehmen. Jetzt kann der Filtereinsatz ganz bequem über der Spüle gewechselt werden. Als perfekte Ergänzung zu Viva bietet Permatrade verschiedene Permaquell-Dreiwegearmaturen. Diese verfügen zusätzlich zu den Leitungen für kaltes und warmes Wasser über eine separate Wasserführung für das mit Viva verfeinerte Trinkwasser. Besonders beim Einsatz einer Filterkerze mit 0,7 Mikrometern, einer Filterkerze zur Sterilfiltration oder der Version mit Mineralisierung ist die Kombination mit Permaquell absolut empfehlenswert. Mit Trinkwassergenuss aus dem eigenen Wasserhahn lässt sich nicht nur zu einer gesunden Lebensweise, sondern auch zum Umweltschutz beitragen. Denn wer Leitungswasser konsumiert, hilft Plastikflaschenmüll zu vermeiden und unnötige CO2-Emissionen einzusparen. In diesem Sinne genießen Sie Ihr nächstes Glas Trinkwasser in vollen Zügen und machen Sie Wassertrinken mit Viva zum reinen Vergnügen. Für sich, Ihre Familie und die Umwelt.